Hallo und Willkommen zu einer kleinen Ankündigung in Bezug auf die Podcasts von Griecherbock, Pixelfriends und gesamthaft den ganzen Podcast des GriecherNetwork.com. Wie du euch gesehen hast, sind alle Folgen, die du bis jetzt kanntest und gesehen hast, verschwunden in allen Podcatchern, also sei dies auch schon in iTunes bzw. in der Podcast-App oder auf Spotify oder in deinem Podcatcher deines Vertrauens. Überall wurden sie rausgelöscht. Der Grund ist eigentlich ganz einfach eine Umstrukturierung der ganzen Sache. Zum einen hosten wir, ich, die ganzen Podcasts selbst und nicht mehr über Podigy. Ich komme gleich noch dazu, warum und wieso. Und zum anderen wirklich eine komplette Umstrukturierung der bisherigen Podcasts und der Personen-Innen-Podcast. Gut, warum Self-Hosting, warum nicht mehr Podigy? Erstmal vorweg, ich habe nicht ein bisschen was gegen den Hoster Podigy. Ich kann Podigy jedem, jedem Neuling einfach nur empfehlen. Top-Poster, gute Kondition, aber für meinen Fall jetzt nicht mehr der Richtige. Grund Nummer 1, ich finde nicht immer die Zeit, einen Podcast aufzunehmen, eine Folge hochzuladen. So habe ich monatlich Ausgaben, die ich mir einsprachen kann. Das heißt, ich habe keinen Druck, eine Podcast-Folge zu machen, weil ich es schon bezahlt habe. Dann Punkt 2, ich bin gebunden an drei Formate und drei Formate sind schnell ausgedient. Das heißt, es ist einmal der Grisha-Pod-Podcast, es ist einmal der Pixel-Friends-Podcast und dann gab es noch den Shortcast. Es sind sehr viele Ideen im Raum, nur schauen auf Seiten Pixel-Friends. Dann sind auch andere Projekte im Hintergrund, die zur Grisha-Network gehören, die auch gerne mit einem Podcast verbunden werden möchten. Zum Beispiel auch die Heimatküche, heimatküche.com, da wäre auch eine Idee mit einem Podcast. Und das summiert sich einfach. Die Kosten, die explodieren einfach durch die Decke durch. Das kann ich alleine nicht tragen. Werbeeinnahmen sind zu klein und Sponsoren ist auch nicht wirklich so da. Sehr gut gedeutsch, muss ich sagen. Aber ich hoffe, ihr versteht, dass ich euch mitteilen möchte, warum die ganzen Folgen im Zweck sind. Das andere wirklich noch eine Umstrukturierung. Es waren einige Personen auch bei Pixel-Friends-Podcast in den Folgen drin, die nichts mehr mit Pixel-Friends zu tun haben, die jetzt in anderen Communities sind oder so. Und ich möchte da einfach Konflikten aus dem Weg gehen und die Leute nicht mehr online anbieten über Pixel-Friends. Das betrifft jetzt keinen aus einem Team oder so. Alle, die im Team drin sind, waren und im Podcast dabei waren, die wissen das und da ist auch überhaupt kein Problem. Wir hatten Team-Abgänge in letzter Zeit. Die waren auch im Podcast, aber da sehe ich überhaupt kein Problem. Es geht mir wirklich um User, die nicht mehr zu uns stehen, zu uns sind oder wie auch immer. Des Weiteren im Griechobock-Podcast gab es einige angefangene Projekte, die verloren gingen. Zum Beispiel Projekt Bullet Journal, was angefangen wurde. Da kamen nie weitere Folgen, obwohl es sehr viele spannende Folgen dazu gab. Und auch da, es ist abgehakt. Oder es kam nie eine Fortsetzung vom Ganzen. Und aus dem Grund möchte ich jetzt einmal aufräumen und einfach Podcast Griechobock neu releasen. Es wird so sein, es gibt die Seite podcast.griechobock.ch Darauf werden verschiedene RSS-Feeds laufen, sprich Podcast-Formate. Welche das sein werden, könnt ihr dann sehen. Es wird Technik-Feeds geben. Es wird News-Feeds geben. Es wird auch mal kleinere Feeds geben, die auch abgeschlossen werden können. Also angenommen, ein Covid-19-Feed kommt nicht, kommt nicht. Aber ich meine nur. In so einem Fall könnte man ein Feed eröffnen, ein paar Folgen dazu machen, ein Feed wieder schließen und dann ist abgeschlossen. Es gibt ziemlich viele Podcasts, die Folgen begrenzt sind. Irgendwie 10, 20 Folgen und danach sind die geschlossen. Die kann man sich anhören, die sind online. Die kann man immer wieder anschauen, anhören, wie auch immer. Und dann sind sie einfach weg. Also, nee, sie sind noch da, aber einfach abgeschlossen. Und genau das ist das Ziel, was Griechobock Podcast beziehungsweise das Griechia Network anstrebt. Und das ist nur möglich mit Self-Hosting oder natürlich auch mit einem Hoster, aber mit enorm hohen Ausgaben, die man einfach alleine nicht tragen kann und für die man zu klein ist, um Sponsoren zu bekommen. Denn wer finanziert einen Podcast, der noch keine Zuhörer hat oder 20, 30, 40 Zuhörer hat? Keiner. Wenn es bringt nichts. Warum? Es sollte, weiß nicht, eine Firma in einen Podcast investieren, der einfach noch neu ist, der täglich fünf Leute erreicht, der monatlich 50 Leute erreicht, wenn er für dasselbe Geld nur schon in Social Medias 20.000 Leute erreicht. Das bringt es einfach nicht. Aus dem Grund, Sponsorensuche blieb aus, die wird auch nicht kommen. Vorerst. Wenn Griechia Network beziehungsweise Griechobock Podcast und Pixel-French Podcast und all die aus dem Network raus wachsen, dann kann man sich das wieder anschauen. Ja, das ist so viel zu dem ganzen Thema Podcast. Warum, wieso überhaupt und wie es weitergeht. Die Folge hier ist eine Ankündigung, die ist auf allen Podcast-Feeds, die aktuell laufen, drauf. Sprich, Griechia Network Podcast, Pixel-Friends Podcast sowie die neuen, die noch kommen, die ich jetzt aber hier nicht nenne. Hörst du dir jetzt ein Feed an oder ein Podcast, der jetzt hier nicht aufgezählt wurde? Hey, Herzliche Gratulation, du hast einen gefunden. Ich würde mich freuen, dich auch bald mal wieder begrüßen zu dürfen in der ersten Folge aus dem Griechia Network Podcast. Ich hoffe, ich komme die Tage dazu, einen aufzunehmen, einzumachen. Ich bin auch umgezogen. Es wird jetzt auch ziemlich bescheiden klingen. Hier das Ganze ein bisschen hallwertig drin haben. Ich bearbeite die Folge jetzt auch nicht übermäßig, sondern haue die wirklich einfach so raus. Gut, aufgenommen habe ich das hier ganz simpel, einfach mit einem Rode-Lavalier-Mikrofon am iPhone. Wie gesagt, ohne große Bearbeitung. Wenn du Ideen hast, was du gerne hören würdest an Podcasts, wenn du selber in einem Podcast dabei sein möchtest, melde dich doch einfach. Schreib mir einfach eine E-Mail an info at griechobock.ch oder melde dich in irgendeinem Forum aus dem Griechia Network. Das kann sein auf griechobock.ch im Forum, das kann sein auf pixel-friends.com im Forum oder auch auf heimatküche.com im Forum. Alle weiteren Seiten findest du wie immer auf griechianetwork.com. Unser einziger Sponsor. Besuch griechianetwork.com. Ich freue mich auf dich, auf euch, auf die nächste Folge mit euch zusammen. Ich sage danke fürs Reinhören, bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal.